Hallo Kinder! Hallo Papa! Mama kommt heute später von der Arbeit nach Hause. Was möchtet ihr zum Abendessen? Ich könnte etwas kochen. Huhn mit Kartoffeln Pasta mit Tomatensauce Pasta mit Tomatensauce Fisch mit Gemüse Ich möchte Pizza. Ich möchte auch eine Pizza und eine Eiscreme. Und auch einen Burger mit Kartoffelchips. Ah, okay. Ich bestelle etwas und denke nicht mehr darüber nach. Ah, okay. Ich bestelle etwas und denke nicht mehr darüber nach. Guten Abend. Pizzeria eine gute Pizza. Was möchten Sie bestellen? Guten Abend. Pizzeria eine gute Pizza. Was möchten Sie bestellen? Guten Abend. Ich möchte eine Pizza mit Schinken und Käse, eine Pizza mit Pilzen und ein Burger mit Kartoffelchips bestellen. Eine Pizza mit Schinken und Käse, eine Pizza mit Pilzen und auch einen Burger mit Kartoffelchips. Und auch einen Burger mit Kartoffelchips. Klar, sonst noch etwas? Entschuldigen Sie, haben Sie den laktosefreien Käse? Entschuldigen Sie, haben Sie den laktosefreien Käse? Mein Sohn ist intolerant. Sicher, eine Pizza mit laktosefreien Käse. Sicher, eine Pizza mit laktosefreien Käse. Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Zwei Colas und ein Bier. Zwei Colas und ein Bier. Zwei Colas und ein Bier. Schokoladeneis, ein Erdbeereis und ein Pistazieneis. Perfekt, Ihre Bestellung trifft in einer halben Stunde ein. Perfekt, Ihre Bestellung trifft in einer halben Stunde ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Und du? Was ist dein Lieblingsessen? Und du? Was ist dein Lieblingsessen? Hallo? Hallo? Hallo Mutti, bist du im Supermarkt? Hallo Mutti, bist du im Supermarkt? Ja, ich kaufe etwas für das Abendessen ein. Gut, ich wollte dir sagen, dass wir keine Milch für das Frühstück mehr haben. Okay, was brauchst du noch? Okay, was brauchst du noch? Würdest du mir auch Joghurt und Müsli bringen? Würdest du mir auch Joghurt und Müsli bringen? Meine Favoriten mit Obst oder Mandeln? Genau, für das Abendessen möchte ich gebackenes Gemüse mit Schweinefleisch machen. Ich würde lieber Hühnerfleisch essen. Ich würde lieber Hühnerfleisch essen. Mit einem Salat. Mit einem Salat. Willst du Tomaten und Mais im Salat? Willst du Tomaten und Mais im Salat? Ja, gerne. Ja, gerne. Holst du auch Toastbrot? Holst du auch Toastbrot? Sicher. Was steht noch auf der Einkaufsliste? Sicher. Was steht noch auf der Einkaufsliste? Die Einkaufsliste. Die Einkaufsliste. Der Joghurt. Der Joghurt. Die Joghurts. Die Joghurts. Die Milch. Die Milch. Das Müsli. Das Müsli. Das Müsli. Die Mandel. Die Mandel. Die Mandel. Die Mandeln. Die Mandeln. Das Obst Das Schweinefleisch Das Schweinefleisch Das Hühnerfleisch Das Hühnerfleisch Der Salat Der Salat Die Salate Die Salate Das Gemüse Die Tomate Die Tomaten Der Mais Das Toastbrot Das Toastbrot Die Toastbrote Die Toastbrote Die Toastbrote Genau, auch frisches Brot Und du? Wie oft kaufst du ein? Und du? Wie oft kaufst du ein? Schreib es einfach in die Kommentare Schreib es einfach in die Kommentare Hallo Marco Hallo Marco Hallo Silvia Hallo Silvia Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke Und dir? Mir geht es gut, danke Und dir? In Ordnung In Ordnung Machst du auch Einkäufe? Ja, ich dachte daran, zu meinem Geburtstag zu Hause eine kleine Party zu veranstalten Ja, ich dachte daran, zu meinem Geburtstag zu Hause eine kleine Party zu veranstalten Was für eine tolle Idee! Was für eine tolle Idee! Vielen Dank, aber ich weiß noch nicht, was wir essen sollen! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Was hast du schon? Und was brauchst du noch? Ich habe schon ein paar Packungen Kartoffelchips und frische Getränke gekauft! Ich habe schon ein paar Packungen Kartoffelchips und frische Getränke gekauft! Jetzt wähle ich den Wein aus! Jetzt wähle ich den Wein aus! Hast du daran gedacht, Erdnüsse zu kaufen? Hast du daran gedacht, Erdnüsse zu kaufen? Ich empfehle auch etwas Salziges wie Brötchen und Sandwiches! Gibt es Gäste, die gegen Milch oder Gluten allergisch sind? Gibt es Gäste, die gegen Milch oder Gluten allergisch sind? Kauft auch Laktose- und glutenfreie Lebensmittel! Du hast Recht! Du hast Recht! Weißt du, wenn meine Tochter eine Party organisiert, kümmere ich mich immer um die Einkäufe. Kauf auch noch verschiedene Arten von Süßigkeiten! Kauf auch noch verschiedene Arten von Süßigkeiten! Danke, du warst sehr nett! Danke, du warst sehr nett! Es wird ein Erfolg werden! Ich wünsche dir einen schönen Abend! Vielen Dank für deine Ratschläge! Ich wünsche dir ebenfalls einen schönen Abend! Ich wünsche dir ebenfalls einen schönen Abend! Was kaufst du, wenn du eine Party feierst? Schreib es in die Kommentare! Schreib es in die Kommentare! Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Videos! Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Videos! Schreib es in die Kommentare! Schreib es in die Kommentare!